Was ist die Offenbarung 12? Und die Frist, die in der Bibel umschrieben wird mit dreieinhalb Zeiten oder 42 Monaten, die liegt in der zweiten Hälfte der Jahrwoche. Denn in der ersten Hälfte der Jahrwoche, da wird berichtet von den beiden Zeugen und deren Dienst ist 1260 Tage und zwar taggenau, exakt 1260 Tage. Während die zweite Hälfte der Jahrwoche, wie wir mehrfach schon gesehen haben, nur ungefähr dreieinhalb Jahre ist. Weil da viele Fristen auch zusammenkommen, bis zum Tag 1335, 1290 Tage, 1300 Tage. Da sehen wir die zweite Hälfte der Jahrwoche ist nur ungefähr. Das sehen wir jetzt auch wieder hier in Offenbarung 12. Und wir schauen uns das kurz nur mal an. Ich glaube, dass da ein bisschen auch Licht reinkommt. Ich wünsche viel Gewinn und Freude beim Zuschauen. Offenbarung 12 behandelt die Zeit der 70. Jahrwoche. Dort werden Menschen beschrieben, die vor dem Antichristen und vor dessen Belagerung Jerusalems in die Wüste geflohen sind. Diese Flüchtenden versucht, der Antichrist zu töten. Aber es gelingt ihm nicht, weil die Erde ihren Mund auftut und die Flut verschlingt. Danach wendet sich der Drache, der Antichrist, gegen die übrigen, die Gottes Gebote halten und das Zeug des Jesu Christi haben. Diese Verse sind sehr schwer zu verstehen und es gibt auch hierzu äußerst viele Interpretationen und Vermutungen. Auch diese Verse müssen aber im Gesamtzusammenhang der Bibel und insbesondere vor dem Hintergrund dessen, was wir oben erarbeitet haben, eingeordnet werden, damit wir nicht ebenfalls ins Spekulieren verfallen, sondern die Schrift mit der Schrift auslegen. Wie wir schon gesehen haben, ist die 70. Jahrwoche in zwei Hälften unterteilt. Die erste Hälfte dauert genau dreieinhalb Jahre, beziehungsweise exakt 1260 Tage. Die zweite Hälfte hingegen dauert etwas länger als dreieinhalb Jahre. Denn für diese zweite Hälfte nennt die Bibel mehrere taggenaue Fristen, 1290 Tage, 1335 Tage und mehrere ungefähre Fristen, 42 Monate, dreieinhalb Zeiten und sogar dreieinhalb Tage, ein Sinnbild für dreieinhalb Jahre. In Kapitel 12 der Offenbarung werden offensichtlich zwei Fluchten erwähnt, denn hier wird sowohl eine Frist von 1260 Tagen als auch eine Frist von einer Zeit und zwei Zeiten und einer halben Zeit beschrieben. Diese Unterscheidung können wir jetzt verstehen. Wir fassen also jetzt das Kapitel 12 in eine Tabelle und erläutern die Verse vor dem Hintergrund dessen, was wir erarbeitet haben. Und es erschien ein großes Zeichen im Himmel. Ein Weib mit der Sonne bekleidet und der Mond unter ihren Füßen oder für ihrem Haupt eine Krone mit zwölf goldenen Sternen. Das ist unmittelbar vor Beginn der 70. Jahrwoche und die Frau deuten wir auf Jerusalem, denn sie war schwanger. Und sie war schwanger und schrie in Kindsnöten und hatte große Qual zur Geburt. Das ist am Beginn der Jahrwoche und die erste Belagerung. Jerusalem kommt während einer militärischen Belagerung durch den Antichrist in Geburtswehen. Und es erschien ein anderes Zeichen im Himmel und siehe ein großer roter Drache, der hatte sieben Häupter und zehn Hörner und auf seinen Häuptern sieben Kronen. Das ist am Beginn der Jahrwoche. Kapitel 12 läuft parallel im Himmel und auf der Erde ab. Der große rote Drache steht sinnbildlich für das Endzeitreich des Antichristen. Er hat sieben Häupter, nämlich die Neo-Selokiden und zehn Hörner, die Neo-Dekapolis. Und sein Schwanz zog den dritten Teil der Sterne des Himmels hinweg und warf sie auf die Erde. Und der Drache trat vor das Weib, die gebären sollte, auf das, wenn sie geboren hätte, er ihr Kind fräse. Das ist am Beginn der Jahrwoche, die erste Belagerung. Die Sterne stehen sinnbildlich für Ephraim, das Nordreich Israels, das im Bund mit dem Antichrist ist und in der Endzeit von Gott abfällt. Der Drache tritt vor die Frau. Er belagert Zion. Und sie gebar einen Sohn, ein Knäblein, der alle heilen sollte, weiden mit eisernem Stabe. Und ihr Kind ward entrückt zu Gott und seinem Stuhl. Das ist am Beginn der Jahrwoche, die erste Belagerung. Zion gebiert einen Sohn, der alle heilen, weiden soll mit eisernem Stab. Das ist Christus. Weil aber Christus und seine Gemeinde, wie wir oben gesehen haben, aus aller Ängste miteinander verbunden sind, fasst der Vers hier Christus und die Gemeinde zusammen. Das ist nur vor dem Hintergrund dessen, was wir oben aus der Bibel festgestellt haben, zu verstehen. Es ist ein sehr stark verklausuliertes Bild. Christus regiert, der einst alle Nationen als König der Welt. Aber seine Gemeinde, die nach der Entrückung mit Christus vereint werden wird, wird im tausendjährigen Reich die Heiden ebenfalls weiden. Das Kind wurde entrückt zu Gott und seinem Stuhl. Das gilt für Christus, denn er wurde nach seiner Auferstehung in die Wolken entrückt. Und das wird auch für den Überrest der Leibesgemeinde Jesu Christi aus Jerusalem gelten. Auch sie wird am Ende der siebzigsten Jahrwoche entrückt werden. Hierauf gibt dieser Vers eine Vorschau. Dieser Vers ist aber nur sehr schwer zu entschlüsseln. Und das Weib entfloh in die Wüste, wo sie einen Ort hat, bereitet von Gott, dass sie da selbst ernährt würde, 1260 Tage. Das ist während der ersten Hälfte der Jahrwoche. Ein Teil der wiedergeborenen Menschen flieht aus Juda in die Wüste, wo sie sich die erste Hälfte der Jahrwoche, nämlich 1260 Tage lang, versteckt halten. Die beiden Zeugen, das Haus Davids und die Bürger Jerusalems, bleiben währenddessen in der Stadt und verkündigen von dort aus der ganzen Welt 1260 Tage lang das Evangelium Jesu Christi in großer Vollmacht. Und es erhob sich ein Streit im Himmel. Michael und seine Engel stritten mit dem Drachen. Und der Drache stritt und seine Engel und siegten nicht. Auch ward ihre Städte nicht mehr gefunden im Himmel. Und es ward ausgeworfen der große Drache, die alte Schlange, die da heißt der Teufel und Satanas, der die ganze Welt verführt und ward geworfen auf die Erde und seine Engel wurden auch dahin geworfen. Das ist in der Mitte der Jahrwoche. Die hier beschriebene Vision spielt sich parallel im Himmel und auf Erden ab. Der Drache verliert gegen Michael und seine Engel und wird aus dem Himmel auf die Erde geworfen. Und ich hörte eine große Stimme, die sprach im Himmel, nun ist das Heil und die Kraft und das Reich unseres Gottes geworden und die Macht seines Christus, weil der Verkläger unserer Brüder verworfen ist, der sie verklagte Tag und Nacht vor Gott. Das ist auch in der Mitte der Jahrwoche. Der Himmel ist vom Satan gereinigt. Jetzt kommt die Herrschaft Christi. Sie beginnt im Himmel. Aber es dauert noch bis zum Ende der zweiten Hälfte der Jahrwoche, bis Christus und seine Heiligen vom Himmel herabkommen und Jerusalem von der antichristlichen Herrschaft befreien. Und sie haben ihn überwunden durch des Lammes Blut und durch das Wort ihres Zeugnisses und haben ihr Leben nicht geliebt bis an den Tod. Das ist in der Mitte der Jahrwoche und die zweite Belagerung und Eroberung Jerusalems. Diese Stelle gilt insbesondere für die beiden Zeugen. Der Drache in Form des Antichristen stürmt gegen Jerusalem, bricht in die Stadt und tötet die beiden Zeugen, die um Christi willen den Märtyrer-Tod sterben. Sie haben ihr Leben nicht geliebt bis an den Tod. Darum freut euch, ihr Himmel, und die darin wohnen. Weht denen, die auf Erden wohnen und auf dem Meer. Denn der Teufel kommt zu euch hinab und hat einen großen Zorn und weiß, dass er wenig Zeit hat. Nun läuft die zweite Hälfte der Jahrwoche, denn der Teufel kommt auf die Erde und weiß, dass er wenig Zeit hat. Jetzt beginnt für fünf Monate lang die okkulte Schreckensherrschaft des falschen Propheten in Jerusalem. Er hat wenig Zeit, denn die ganze Sache dauert nur fünf Monate, beziehungsweise längstens für die Dauer der zweiten Hälfte der 70. Jahrwoche. Es ist eine verkürzte Zeit. Und da der Drache sah, dass er verworfen war auf die Erde, verfolgte er das Weib, die das Knäblein geboren hatte. Das ist in den ersten fünf Monaten der zweiten Hälfte der Jahrwoche. Der Drache in Form des Antichristen kämpft gegen Jerusalem und gegen die vor ihm in die Wüste geflohenen Christen. Und es wurden dem Weibe zwei Flügel gegeben wie eines Adlers, dass sie in die Wüste flöge an ihren Ort, da sie ernährt würde, eine Zeit und zwei Zeiten und eine halbe Zeit vor dem Angesicht der Schlange. Das ist zu Beginn der zweiten Hälfte der Jahrwoche. Eine zweite Flucht von Christen aus Jerusalem erfolgt. Sie flüchten vor der zweiten Belagerung Jerusalems durch den herannahenden Antichristen ebenfalls in die Wüste. Nun für eine Zeit und zwei Zeiten und eine halbe Zeit. An dieser Formulierung wird deutlich, dass es sich jetzt um die zweite Hälfte der Jahrwoche handelt, denn hier ist nicht mehr von 1260 Tagen die Rede. Es gibt offensichtlich eine zweite Fluchtwelle. Jesus erwähnt dies in seiner Endzeitrede, wenn er sagt, dass die, die in Judah sind und den Gräuel der Verwüstung dort stehen sehen, wo er nicht stehen soll, nämlich in Jerusalem, in die Wüste fliehen sollen. Und die Schlange schoss nach dem Weibe aus ihrem Munde ein Wasser wie einen Strom, dass er sie ersäufte. Das ist in den ersten fünf Monaten der zweiten Hälfte der Jahrwoche. Offensichtlich werden die Truppen des Antichristen mit einem Wasserstrom verglichen. Er sendet eine große Anzahl von Soldaten hinter den in die Wüste Geflüchteten her. Aber die Erde half dem Weibe und tat ihren Mund auf und verschlang den Strom, den der Drache aus seinem Munde schoss. Das ist auch in den ersten fünf Monaten der zweiten Hälfte der Jahrwoche und sehr wahrscheinlich auch an deren Ende. Denn das ist ein Hinweis auf den kommenden König des Südens, der Jerusalem einnimmt und die Herrschaft des falschen Propheten und des Antichristen unterbricht. Der Feldzug des Antichristen gegen die in der Wüste Versteckten wird vom angreifenden König des Südens unterbrochen und verhindert. Das ist die kleine Hilfe, von der ein Daniel 11 steht. Und der Drache war zornig über das Weib und ging hin zu streiten mit den übrigen von ihrem Samen, die da Gottes Gebote halten und haben das Zeugnis Jesu Christi. Das ist zu Beginn und fortdauernd während der zweiten Hälfte der Jahrwoche. Denn der Antichrist wird jetzt zornig und verfolgt alle Christen, die sich im restlichen Israel oder in seinem Reich oder anderen Orts auf der Welt aufhalten, für die Dauer seiner Amtszeit in der verbleibenden zweiten Hälfte der 70. Jahrwoche. Das ist zu Beginn und fortdauernd während der Jahrwoche.